Moin Moin! Herzlich Willkommen beim Countdown zum Bögenjubiläum der Fantastischen Vier. 20 Jahre Fanta 4 am 25.07. in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen vor unglaublich vielen Zuschauern Open-Air und mit einem ganz großen vierköpfigen Orchester. Und morgen, zwischendurch kurzer Zwischenbericht von den Fantas, morgen geht's zurück, nicht zurück, sondern hin nach Berlin, treffe ich mich mit Michi und Thomas und wir schreiben Texte fürs neue Album, machen wir nebenher und so. Sieht das aus bei mir in meinem Büro, da ist der neue Song und so klingt der. Einer von vielen Songs. Und Countdown geht natürlich weiter. Aber ab jetzt heißt es noch 25 Tage bis zum 20-jährigen Bögenjubiläum der Fantastischen Vier. Sichert euch Tickets!